Neuer EU-Siege gegen Golgari und Twisted Noobs Okay, wir haben eh viel zu attacken Oh, interessant hier Er wurde ja auch gebufft, er ist jetzt glaube ich richtig gut wieder Wobei ich ihn vorher schon ganz gut fand, aber Hier war ich nämlich zu meta, was ist denn das hier? Hey, Muncha-Zung, Theo Ach was, ganzer Tower von dem Typen Na, komm dann Fangen wir mit dem gleich an Ich glaube, das Team hier mit Sierra Robe und Iris ist glaube ich nicht schlecht Ja Aber auch nicht unbedingt brauchbar Aber wurscht Iris ist halt gut, er kann halt heilen und strippen und so Ich habe halt viel zum strippen Vielleicht, vielleicht auch nicht So, wir haben irgendwie Damage auf den Kollegen Der uns nicht revenged Dann... Keine Ahnung Bauen wir mal den Ich hoffe irgendwie Iris kommt vorher noch dran Okay Ja, da sind wir Ophelia silencen Okay, das scheiß Mokkowl macht mir gar nichts Das freut mich Okay, weit auf dich Ja, du revenged mich Oh, scheiße hier Revenge disperse dann mich Aber Ja, komm Double Bomb auf dich Detonate Und für den Fall, dass er immer noch überlebt Ich wollte den Rogue finishen Ist das richtig? Jawohl So Okay, Fred State Okay Gut geklappt, würde ich sagen Na gut, dasselbe Team Halt, ja Nur diesmal auf der Gegnerseite Hier Sierra Iris Rogue Mit Leo Rika Und Fairy King In der Hoffnung, dass irgendwie die scheiß Iris Turban nicht auszuckt Oder überhaupt nicht auszuckt Das wäre noch Das wäre noch besser Also, können wir dich reducen Wie kann unsere Rika outspeeden, ha? Speedly Was ist denn das? Okay, stun Na gut Kill ihn Sehr gut Okay, Rogue down Damage of Sierra Ja, lol Ich meine, die hat sicher Ruhe Und die ist sicher so auf einem Weiß ich nicht Speed Attack Attack Build oder so Weil die Bombe mit 21k gemacht Das ist Im Normalfall schon recht viel Aber ja, war halt extrem squishy gerade Na gut, ich probiere es wieder mal Hier Sierra, Orion Und Farna Ja, schwer zum einschätzen irgendwie Der Kollege Ich meine, nach seiner Sierra Oh, Luschen wurde umgebaut, ha? Schaut fast so aus wie meiner Nur irgendwie mit 400 Attack weniger, aber Schauen wir mal Ich hoffe, der Orion ist nicht Na gut, ist mir egal, ob er Swift ist So Schauen wir mal, ob der Luschen jetzt was kann Okay, ich habe es irgendwie nicht ganz mitbekommen Wie viel Damage das war Aber es war auf jeden Fall genug So Nuprook Death Break Quit Scheiße Boosten Auto Attack Okay Na bitte Na gut, kommen hier dieser Kaimon und Jasun Theo, Kollege Katerina Katerina QB Ja, oder komm Ich meine, kommt wieder auf an, was Katerina halt macht Ähm Ich targete mal Jasun Ja, komm Keine Ahnung Ich glaube, dass QB Fortbezug reingekommen wäre Aber es ist eh wohl so Zweiten Skill auf dich Refresh Ja Wir refreshen Damit Erstens können wir Jamias saven Für den Fall der Fälle Okay Na wenigstens haben wir einen gerade gequittet Mehr brauchen wir eh nicht Wunderbar Na gut, der letzte hier Von dem Tower Winkpanda Woosaracan Ja, gott irgendwie überlegt Ich wollte irgendwie Schön, dass er so Bälle anzubringen Aber na Molung Icarus Und Dingster Woomster Es ist halt einfach ein Team Das halt So gut wie kein Arl Geert Also meines Weil Ja So Ich glaube Wir können ihn Killen Ja Schaut gut aus Okay Und ja Es ist halt ein bisschen Langweilig Weil wir halt auf Cooldowns warten müssen Aber was soll ich tun Wäre cool Toll Habe ich davon Wir landen Dispersed Wobei ich hätte Ich hätte gar zweiten Skill von dem Dryad Vee Usen können Aber Ja Zolls So Icarus hat Der Dingster Woomster Ready Und Molung Noch nicht Jo Hörst du auf Okay So Wirst Cleansen wir halt So Kannst du was drücken Okay Rekan sogar Gestunt Ja Komm Okay Kann man denn Reicht das Oh nice Ja Dann haben wir glaube ich Rekas Ready Ja Komm Wir machen es einfach Ganz ehrlich Icarus hat zwar noch nichts Ready Aber Null damage Der generfte Rooster Da sind wir schon Einerseits so ein bisschen Halt Schade Sag ich mal Weil es halt auch Werner selber Overpowered war Aber Ja Der Nerf ist verdient Und ich prophezeie Jetzt schon Ja Kein Spaß Das Mit dem nächsten Balance Patch Wird glaube ich Oliver Sehr weit oben stehen Okay Schaut mal was da steht Galleon For Nard Und Lucien Ne Komm Garo Kaimun Und Mio Ich glaube ich bleibe auf Garo lead Scheiß auf Kaimun lead So Slowmotion Ah Komm mir Okay Ist eh wurscht Double derp Dann den Bernard Einfach weil ich es kann Nicht Okay Ja komm lass Soll ich mir Lucien Noch eine Chance geben Okay Ich hätte so gelacht Wenn der Lucien Rausgeprockt wäre So ein Bio-Block Out of Stun Na komm Lucien Ja dann Dann stirbe einfach Bin ich auch irgendwie Ich meine okay PvP anders Warum sind PvE zum Beispiel Wirklich die Lucien Ere nicht 100% machen Also wirklich Das Ah das ist lustig Hier ist sogar Der selbe Typ Von dem wir Die anderen 5 Fights Vorgemacht haben Okay ich probiere jetzt einfach was Hier Martina Und hier Diva Und vor dem Ja mit Malakka Sian und Darian Eigentlich hätte ich auch überlegt Oder M zu nehmen Aber hey Mal was anderes Witzig Gebete Wie kann das sein Ja Sogar der Outspeed Das ist er nicht Oh mein Gott Natürlich muss Malakka gestunt werden Und nicht der andere Okay Okay Aber sie fokusten halt weiter Darian Okay Six bombs Und die ersten Bomben detonaten Jetzt Gebete Nein Auf was Jo Das ist doch der Ur-Bullshit Na toll Und sowas hatte ich mir überhaupt nicht gedacht Okay Ja aber Ich glaube wir hätten sogar Bombe Ready Aber das bringt mir jetzt gar nichts mehr Erst Na okay Haben wir eh nicht Okay Ja Scheiße Okay Das war schon wieder halt irgendwas Wie kann das sein Wie ist das so arg Was dafür Wo ist Darian Nicht mal plus 200 Speed Ich meine Ja Da gibt's Machen wir den da Sean Icarus Ritesh Mit Elkaki Und Oliver So langer noch irgendwie Overpowered ist Okay Wir haben schon ein paar Skill absetzt So lustig nämlich auch Auch Gilles Irgendwie Alle die den getestet haben Alle zucken komplett aus Sagen ja Du musst nicht mal irgendwie Den irgendwie nie ersten Skill benutzt oder so So Wir machen Wir machen Wir machen dritten Skill auf dich Ja super Das fangt so scheiße an Das ist glaube ich das einzige wie sie ist Wenn du irgendwie Also wenn du resistent wirst dann glaube ich hast du ein bisschen Ich hoffe ich habe richtig scheiß schauen Ich habe eh überlegt ob ich nicht auf Sean gehe Na gut das Ding ist eigentlich auch schon wieder halt Resistance lead War vielleicht nicht Noch einer Scheiße man Oh Revenge Stunt me Dammit Okay Ende wird noch überlebt Können wir das noch drehen So komm Damage Nice violent So wir kennen dich Dann machen wir irgend sowas auf dich Weg mit dir Jawohl Okay Oliver Na gut das war irgendwie so ein bisschen Nicht der beste Oliver fight muss ich sagen Na gut unser hier Standard broken team So ich glaube die haben keine Will runen Na gut Perna will runen So wie war das nochmal Dich boosten Dich resetten Und du buffst mal So dann kommt eh Perna dann Dann resetten wir Perna So Ja komm Jetzt kommt Kali dran ne Nein kommt nicht Nein kommt nicht Also kippen wir mal scheiß Peli dann Scheiße Hab gesagt wir kill den Peli dann Okay danke Ja dann machen wir halt nochmal sowas Und dann resetten wir den Chandra Perna hat eh klar anziehen So und dann keine Ahnung wo wir gerade wieder sind Irgendwie cool und mäßig Mussten wir halt Kali Ach du musst mich natürlich stunnen jetzt Nerviger Typ Okay so reset auf dich Booster Kali Okay naja komm wir drücken nicht Ach Warum du Bastard Das ist eh wurscht So dafür früh ist er noch ein Crit auch noch Scheiß Chandra Na gut der letzte hier Sean Annabelle Nuss Ja Okay So machen wir was vernünftiges bitte Okay Welchen machen wir jetzt Ich würde fast schon Ja lass den Anabelle reducen Ja der hat ja wohl gut funktioniert Ja lass nochmal machen Ja scheiße Okay So strip den Blödsinn So Stoßkanone das Ding zu Tode Oh da ist Viola Ja komm Okay funktioniert der Ding Wie nicht so mit Bella Egal So bitte protecte dich nicht selbst Okay So und finish Na gut Das war es schon wieder Ja hätten wir wieder einen verloren Ich meine gut das war ja lächerlich Dieser Dieser Malakart Dings da Ich meine Das Problem war nämlich halt wirklich Das Das war der eigentlich zu langsam Oder Naja Ich meine Logisch dass der irgendwie langsam als die anderen ist Ja was ist ich Ey wurscht Na gut Wie gesagt das war es Oder Ja Ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen Danke fürs Zutaten Bis zum nächsten Mal